Die spanische Zollbehörde hat am Dienstagmorgen rund 15 Tonnen Haschisch an Bord eines Bootes sichergestellt, das unter mongolischer Flagge vor der Ostküste der Kanareninsel Fuerteventura unterwegs war. Das Fischerboot wurde in den Militärhafen von Las Palmas nach Gran Canaria gebracht. Die Beamten nahmen vier Besatzungsmitglieder fest. Der italienische Kapitän und drei Männer aus dem Senegal wurden von der Polizei abgeführt. Die spanischen Behörden auf den Kanaren wurden auf das Boot aufmerksam, nachdem sie von der Zollbehörde in Galicien alarmiert worden waren.